Du möchtest nicht nur digital durch die Ausstellung scrollen, sondern vielleicht doch etwas in der Hand halten, mit den Händen Seiten umblättern? Dann empfehle ich dir heute den Katalog mit dem Titel Verbundene Spuren. Dieser Katalog ist im vergangenen Jahr 2019 zum 30. Jahr des Mauerfalls erschienen. Ich habe ihn mit der Fotografin und Künstlerin Carla Pohl gestaltet und darin befinden sich Werke von unserer Ausstellung mit dem gleichnamigen Titel Verbundene Spuren. Und ich empfehle dir diesen Katalog auch im Zuge meiner Ausstellung Immerbereit, die aktuell im Frauenzentrum Paula Panke stattfindet. Einige Serien und Bilder aus der Ausstellung Immerbereit befinden sich nämlich auch in diesem Katalog. Unter dem Titel Verbundene Spuren zeigen Carla Pohl und ich, Doreen Trittl, arbeiten, die sich mit unseren ostdeutschen Prägungen beschäftigen. In dem Katalog sind Arbeiten von uns Künstlerinnen jeweils zu sehen, aber auch gemeinsame Arbeiten, die wir im vergangenen Jahr entwickelt und gestaltet haben. Herausgeberin des Kataloges ist der Arbeitskreis Offene Kirche Rodan e.V., denn in der Dorfkirche Rodan fand im vergangenen Jahr die Ausstellung statt. Der Katalog ist in einer Auflage von 300 Stück erschienen und wird von uns Künstlerinnen signiert und nummeriert. Weitere Einblicke und vor allen Dingen auch die weiteren Informationen zu diesem Katalog findest du auch auf der Online Ausstellungsseite zur aktuellen Ausstellung immer bereit. Klick dich gern hinüber.